Willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Witcher 3. Wir sind hier, ich bin ein bisschen kurz rumgerannt, aber ich hab hier schon wieder einen Eingang gefunden. Das möchte ich mir gleich mal von näherem angucken, bevor wir mit der Hauptquest weitergehen. Äh, hier sehen wir hier irgendwie ein bisschen was. Wollen wir gleich mal untersuchen. Man muss stark sein, um sowas zu tun. Oh shit. Der vermisste Bruder. Gucken wir uns das mal an. Ich hoffe, diese Quest wird nicht allzu schwierig sein. Ich glaube aber, die hat es, glaube ich, in sich. Ich kann mich noch dran erinnern. Ähm. Boah. Stufe 33. Nee. Aber wir gehen trotzdem nochmal in diese Mine rein. Ich glaube, es wird ganz schön übertrieben hier. Es wird richtig übertrieben. Aber wir gucken uns einfach mal an, ey. Einfach nur mal gucken. Ich weiß genau, dass das jetzt eine ziemlich schlechte Idee ist, aber, äh, egal. Egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Aha. Das Gefühl erwartet uns doch gleich was. Hm. Okay. Bislang können wir hier noch nichts ausmachen. Kartoffelbewusst. Ja, nehmen wir mit. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine kluge Idee war, dass wir hier reingehen, aber... Wir sind so scheiße neugierig, Leute. Ey, Hauptsache, wir finden aus diesem doofen Labyrinth auch nochmal raus. Ich habe das Gefühl, das wird hier ein Labyrinth sein. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was wir hier machen. Phosphor, nehmen wir mit. Manuskriptseite. Traum. Let's take a short look. Immer geht die Suche von vorne los. Was soll denn hier dieses Rezept sein? Ach, ist ja eine Manuskriptseite. Stimmt. Äh, da muss ich in die Alchemie rein. Äh, lalalala. Drachentraum. Können wir machen. Mhm. Setzt eine Gaswolke frei, die bei Entzündung explodiert. Wow, sehr geil. Aha. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht treffen wir hier auf irgendeinen Drachen oder irgendwas anderes. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, was ich hier überhaupt machen soll. Oder ehrlich gesagt, nicht verwirrt, sondern eher ein bisschen. Ich habe so eine leichte Vorordnung, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Ehrlich gesagt ärgere ich mich gerade über mich selber, dass ich hier reingegangen bin. Aber ich bin einfach zu neugierig da. Und ich will ja auch, dass ihr das mal mitbekommt. Diese Höhle, weil, äh, Level 33, vorgeschlagenes Level. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, um das zu packen. Ist hier schon wer? Ne. Ich glaube, wie gesagt, der erste Gegner, den wir da treffen, ähm, der wird uns gleich richtig fertig machen. Äh, wir gehen vorher einfach besser nochmal eine Runde meditieren. So. Das hört sich ja auf jeden Fall schon ganz schön gruselig an, muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht, will ich hier rein? Ich höre hier, ich... Ich höre hier was. Oh. Da ist was. Das scheint nicht so nett zu sein. Oh, shit, ey. Was machen wir hier überhaupt? Oh. Da ist gerade was aufgewacht. Oh, 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 ja. Oh, ja. Ach, du Scheiße, ey. Ist ja schön, dass es jetzt auch noch... Oh, scheiße, das ist nah dran. Das ist richtig nah dran. Oh, nein. Ist das... Was könnte das sein? Ich will wissen, was das ist. Na gut, also das wird wahrscheinlich noch hier drin sein, ne? Scheiße, und wir müssen hier ja zurück wieder. Oh, Mann, ey. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin doch ein klein wenig nervös. Jetzt ist das Viech wieder weg. Naja, gut, wir gehen einfach mal weiter. Also, wir können vielleicht auch ganz froh sein, dass das Viech jetzt gerade wieder weg ist. Weil ich glaube, das würde uns echt ein Stück reißen. Wir haben, glaube ich, gar keine Chance gegen das Viech jetzt. Wir sind hier wieder am Anfang. Okay, ich muss das erst anzünden, ne? Hier, denke ich mal. Hier ist wieder der Anfang. Vermutlich muss ich alle, äh, Sachen hier anzünden, denke ich mal. Aha. Ein Schädel. Ah, nehmen wir mal mit. Auch anzünden. Ja, hier käme ich doch eigentlich durch, oder nicht? Hm. Gut, noch nicht. Ah, super. Speichern mal das Spiel, ja. Hm, hm, hm. Vielen Dank auch. Anzünden. Mal gucken, vielleicht ist es ja doch wieder in der Nähe. Ey, da sind mehrere. Och, du Scheiße. Oh, yeah. Oh, yeah. So, wieder was angezündet. Oh, ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass ich da ein klein wenig tauchen darf. Na gut, dann wollen wir mal runter. Ach, du Scheiße. Wo geht's denn hier raus, Leute? Ich habe gerade was eingesammelt wieder. Alter, das ist aber auch eine verflixt lange Höhle. So, aber hier müssen wir doch wieder raus. Okay, wir sind wieder ganz woanders gelandet. Er fragt mich jetzt nicht, wo wir hier sind. Aktuell kann ich keine Gegner ausmachen. Finde ich ja schon mal ganz nice. Oh, was ist das denn? Ich habe das Gefühl, dass... Da kommt noch irgendwas raus. Oh, Scheiße. Was ist das denn? Ich höre... Auch was. Oh. Da ist was. Oh, Scheiße. Oh, nee. Was machen wir denn hier? Ja, ist gut jetzt hier. Was ist das? Die Jungen werden bald schlüpfen. Ich muss die Eier zerstören. Aha. Super. Wie zerstören wir die? Scheiße. Oh, Leute, ey. Warum mache ich das hier? Okay, gut. Das erste ist weg. Kommt da was raus? Nee. Okay, ich glaube, die Mama wird jetzt ein bisschen böse, wenn ich das... Dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, die Mama ist hier schon irgendwie in der Nähe. Blut, Fleisch, Verdauungssäfte. Fressen für seine Brut. Super. Junges. Level 5. Oh, Scheiße. Hallo. Moin. Moin. Was ist das gewesen? Ach, du Scheiße. Junge, die Mutter kann nicht weit sein. Oh, nee. Ich will die Mutter gar nicht sehen, Junge. Gerald, mach doch keine Scheiße. Okay, kaputt kriege ich das so nicht. Das wird nix. Das wird nix. Auf die Mutter habe ich gar keinen Bock. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Scheiße, was machen wir jetzt? Ein Schuh. Mit Meisterholz Schuhszeichen. Mehr ist von der Leiche nicht übrig. Ja, das hat mich nicht gewundert. Krabbspinne. Eine giftige. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, ist sie groß. Oh, nee. Welches Level hatten die? Oh, shit. Sieht ja nicht gerade sehr lecker aus. Oh, da ist sie. Oha. Oha. Alter, sieht die aus wie eine übergroße Zecke oder so. Wie kriege ich die am besten weg hier, die... dieses Scheißvieh. Die macht mich doch mit einem Hit nieder, wetten wir. Da steht noch nicht mal das Level dran, was ist. Naja, super. Oh. Oh. Ah, Scheiße. Hier, Gift... Oh, Giftdinger hier. Kacke. Da muss man auch noch aufpassen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir an die rangehen wollen. Scheiße. Das ist natürlich richtig mies. Okay, ich bin immer noch nicht wirklich... sicher, was wir hier machen wollen. Ach, komm, wir jagen einfach mal den erstmal hin. Ah, hat nicht wirklich was gebracht. Was machen wir? Igni. Wir machen jetzt aber wieder mit Igni. Lassen sie mal wieder kommen. Ach, du Scheiße. Ein Hit und weg. Hm. Okay, gut. Ich würde mal sagen, ähm... Nee. Das war wohl nix, Leute. Ähm. Ich würde sagen, wir sollten uns doch wirklich mal wieder mit der Hauptquest beschäftigen. und das machen wir auch. Ja. 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 Ja.